DRAGONBALL ADVANCED ADVENTURE Und ja, weiter geht's mit... Ich weiß es gar nicht mehr. Gucken wir einfach. Genau, wir kehren ins Kamei-Haus zurück, um vom Herrn der Schuldkröten trainiert zu werden. Genau das werden wir jetzt tun. Goku begab sich zu Muten-Roshi, um noch härter zu trainieren. Auch Krillin bat Muten-Roshi zu trainieren und wurde als Schüler akzeptiert. Und so begann ihr Training beim weltbekannten Muten-Roshi. Einverstanden. Ich akzeptiere euch beide als Schüler. Goku und Krillin, hurra! Dann lasst mal... Dann lasst uns zu eurem ersten Trainingsort gehen. So jetzt... Mensch... Diese Verleser bringen mich immer aus dem Konzept. Okay, beginnen wir mit dem Training. Nun endlich los und bringt uns alles bei. Als erstes machen wir den Steintest. Geht den Stein suchen, den ich in den Wald geworfen hab. Und bringt ihn mir zurück. Bevor die Zeit abgelaufen ist. Ich frage mich, wer ihn wohl als erster findet. Ein Rennen? Ja, wir haben... Eine Zeitangabe, aber es ist gar nicht so schlimm, wie ich grad dachte. Es ist einfach ein normales Level. Alter. Und lass mich raten... Oh, das ist super, das ist super. Lass mich raten, am Ende dürfen wir gegen Krillin antreten. So, jetzt nochmal. Und jetzt viel, viel besser machen wir's. Äh, das wollte ich ganz bestimmt nicht drücken. Ah, ja. Na, das Item bringt's jetzt irgendwie nicht. Ach, Mist. Ich wollte jetzt sehen, ob ich genau die Attacken endlich machen kann. Ach, egal. Oha. Naja, wer weiß. Es könnte... Es hätte sich was unter den Stein versteckt haben. Oh Gott. Das ist der scheiß Drachen. So, dicht sind wir los. Oha. Panzer von Mutnu Rashi. Oha. 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 Lass mich raten. Ja, wieder nur ein Item. Wow. Lebenserweiterung. Cool, cool, cool. Ha. Du hast mir kein Haar gekrümmt und das ist auch gut so. Oha. Training von... Song Goku und Krillin beim guten alten Herrn der Schildkröten. Ich hab das... Ja. Was heißt, ich hab das nicht mehr in Erinnerung. Ich hab das, glaube ich, auch echt gar nicht gesehen im TV. Nie. Nicht mal auf YouTube. Vielleicht ein bisschen, aber naja. Nein! Es ist so schön. Zu schön, um wahr zu sein. So, zum Glück hab ich so viel Leben. Oha, wieder alles schon neu. Aha, das macht's mal wieder gut. Hamburger brauche ich nicht. Oha. Huhu. Scheiße. Zu überheblich war ich. Ich glaub, hier werden wir nichts mehr vorwenden. Genau. Deswegen mal wieder hier rein. Komm, komm nur her. So, bei den Steinen muss ich auch mit dem Kamehameha vorgehen. So. Alter, wie's lange dauert. Ewig. 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 Yeah, powerful aufgeladen. Und hoffentlich verwechsel ich diesmal die Kamehameha-Taste nicht mit der Stab erscheinen-Taste. Nein, unfassbar. Da drückt man... Ach, ich hab gedrückt, aber... Bisschen schief. Alles von neu. Das ist ein guter Scherz. Wirklich sehr gut. Ich lag mich kaputt. Ja, dass das dumm ist, hab ich schon bemerkt. Was macht es stärker anscheinend nicht? Das merke ich schon an den Steinen, dass sich nicht viel ändert. Nur, dass ich die jetzt so berühren kann, na super. Ja, Bom... Ah, ne, okay, die Wirkung hat grad aufgehört. Yeah, jetzt gibt's ein kraftvolleres Kamehameha. Oder auch nicht, wie man jetzt an den mehrmaligen Versuchen sehen kann. Alter. Bin ich hier nicht vorhin auch grad jetzt noch gefallen? Ja, ja, jetzt geht's weiter. Oh. Mhm. Ich frag mich, ob Goku hier seinen Kampfanzug von Muttenwaschi bekommt. Ich denk schon, ja. Also dann zum roten Anzug wechselt. Die armen Tiere, ich hab's ja schon mal gesagt. Aber ich kann's nicht immer genug sagen. Tut mir echt leid. Oha. Ja, wie kommt man hier durch? Ich weiß es nicht. Was muss ich finden? Schlüssel? Hab ich nicht. Hab ich noch nie im Spiel gehabt. Oh Gott. Ja. Ha! Dass man überhaupt ein Kamehameha gegen diese Mistviecher einsetzen muss. Eigentlich unnötig. Aber keine Sorge, das Spiel ist lang. Es umfasst halt die ganze Drangle-Serie und ich sag's euch. Der Schwierigkeitsgrad wird noch eklig sein. Schnell weglaufen vor dem Weg. Nicht, dass wir's nötig hatten, aber trotzdem. Witzig. So, auch wenn ich das Team jetzt habe. Jetzt nicht überheblich werden. Alter, das ist echt blind für mich. Ich hatte Spülmots zwar durchgespielt, aber an den Dschungel erinnere ich mich gar nicht mehr. Alter! Beinahe wär's rummig geschehen. Uppala! Oh yeah! Etwas Japanisches. So, jetzt geht's um alles oder nichts. Hey Goku! Hast du den Stein schon gefunden? Ha ha ha! Ich werde das Rennen gewinnen. Aber vielleicht ist der falsch. Das ist doch der Abdruck des Alten drauf. Lass mich mal sehen. Ha! Ha ha! Ich hab den Stein! Hey, das ist Beschiss! Ha ha! Man muss sich bei einem Wettlauf eben durchboxen. Okay, Krillin, du hast es so gewollt. Uhuhu. Ah ja, genau. Die Tiere musste er nicht aufhalten. Oh, und wie schlampig ich wieder durchgefahren bin. Das ist schon... Das ist peinlich. Okay, Krillin, du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen. Kleiner Dreckskerl. Haben wir einen neuen Move drauf? Ich glaub, der Stab wird noch länger als vorher. Egal. Oh! Ist das jetzt das ganze Level zurücklaufen? Nee. Ja, das ist es. Nur ist es abends. Das ist schon geil irgendwie. Geil gemacht, muss ich sagen. Moment. Ne, Kaps. Lass ich mir nicht entgehen. Bitte leben. Nur ne Sonnenbrille. Und was macht die? Wir wissen nichts. Okay, die Brücke hat bestimmt hier Lippen. Nicht. Cool. So, es geht um alles oder nichts. Denn Krillin haut mit dem scheiß Stein ab. Und je näher wir beim Herrn der Schildkröten ist, desto... Schlechter sind unsere Chancen. Alter. Es geht einfach nicht auf. Ich geb's auf. Ey, das mit dem Sprinten hab ich damals echt nicht gewusst, glaub ich. Oh, es klingelt wie immer. Das lieb ich ja so sehr. Moment. So, Kinder! Da bin ich wieder. Und okay. Wir müssen Krillin weiterverfolgen. Oh Gott, es geht noch weiter. Ich hätte wenigstens gedacht, dass die uns hier diesen einen Abschnitt ersparen. Ach! Hättest du wohl so gern, scheiß Drache. Na? Ich sag ja, die armen Tiere. Oh, wieder so ne Tür. Ah ja, wie geil. Hey, 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 hey. So unwichtig ist das Teil nicht. Also hab ich's schön mal aufgesammelt. Alter Krillin! Ob er sowas auch in der Serie gemacht hat? Also für so'n Fiesling halte ich ihn jetzt nicht. Aber ich weiß es nicht. Wir werden's irgendwann erfahren, wenn ich die Serie gucke. So, da ist Krillin. Was? Für eine Ausdauer hat der Hartz... Willst du darum kämpfen? Ich werde nicht verlieren. Oh yeah. Kamehameha! Oha. Na, Krillin sollte man nicht unterschätzen. Oha, ey. Haha. Ich hab weniger Leben wieder mal. Das ist so fair. Kamehameha! Alter, er hat mein Kamehameha abgewehrt. Alter, der Kerl... Soweit ich weiß, kommt er von irgendwelchen Mönchen, die genau solche Glatzen haben wie er. Also, ich weiß nicht, vielleicht... Ja, und die Typen sind auch stark. Die hab ich mal beim ersten großen Kampfturnier, das halt in der Serie vorkommt, gesehen. Und ja. Kein Wunder, dass der schon was drauf hat. Oh, komm her nur. Ich glaub nicht, dass ich den Kampf überste... Ehe ich's schon ausgesprochen hab, ist es um mich geschehen. Wir versuchen's nochmal. Und mit vollem Leben. Er hat keine Chance. Oha, das war ein geiler Move. Na, ich darf nicht... ...so leichtsinnig hier rumsmaschen. Dauer drauf gedrückt auf die Tasten, hilft nicht. Alter, er ist schon stark, er ist wirklich stark. Jetzt steht ungefähr Gleichstand, weil ich hab ja eigentlich mehr Leben. Gehabt. Na, also zweimal hintereinander, ich weiß nicht, ob's klug war. Jetzt haben wir kein Kamea mehr, gar nichts. Wir müssen uns auf unsere Kraft vertrauen. Verlassen, meine ich. Mensch, wie immer die Wörter damit verdreht werden. Und ja. Krillin ist dahin. Geblit, 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 klar. Gemacht. Hahaha, ihr habt euch beide tapfer geschlagen. Spaß beiseite. Jetzt wollen wir aber was über Kampfsport lernen. Nur nicht so vorlaut. Ich werde euch die Kampfsportarten beibolen. Wenn ihr dazu fähig seid, zehn dieser großen Steine hier zu zerschlagen. Okay. Lass mich mal versuchen. Oh Gott, was ist das jetzt? Hä? Hä? Ja, okay. Warum wir jetzt hier so einen Steinsturm haben, weiß ich nicht. Hä? Ist das irgendwie auf Zeit? Ich spiele sauschlecht. Kein Leben, nix. Oh, so...